Anna verbirgt bei Sturm der Liebe ein Geheimnis vor ihrer Mutter Nicole. Sie hat nämlich das Geld ihrer Mutter nicht wie versprochen in ihr Studium gesteckt. Stattdessen hat sie die Uni abgebrochen, um die Behandlung ihres kranken Pferdes bezahlen zu können. Davon weiß Nicole nichts und will mit ihrer Tochter zusammen auf das Sommerfest ihrer Uni gehen. Anna muss sich entscheiden, ob sie ihrer Mutter jetzt die Wahrheit sagt oder die Scharade irgendwie aufrecht erhält. Zur gleichen Zeit machen sich alle Sorgen um Alexandra, die nach einem Unfall mit Verbrennungen im Krankenhaus liegt. Greta entschuldigt sich bei ihr voller Reue für ihr Missgeschick und Alexandra verzeiht ihr. Christoph jedoch ist weiterhin sauer auf die Köchin, denn er glaubt, dass der Vorfall Absicht war. Was dann passiert, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Freitag um 15.10 Uhr in der ARD.